und herzlich willkommen zu einem neuen youtube video mit besnas küche meine freunde meine freunde heute machen wir was sehr leckeres was sehr traditionell ist was viele auch machen ja noch immer eine kurde ja 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 wenn ich vier mal herrte... dann kommt mein Video ab. Das ist das, was ich jetzt will. Ich habe ein paar Zeit, dass ich Fasolie und Brinnckecke habe. Ich habe ein frühes. Ja, es ist ja. Er kommt gleich nach Hause. Er kommt gleich nach Hause in Haueri-Mali. Jetzt kommt er nach Hause und kann die Brinnckecke gehen. Er ist jetzt noch ein Tamm in einem Titel, was wir gemacht haben. Und ich würde einfach sagen, wir fangen an und jeder, der sowas gegessen hat, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch sowas gerne isst. Sie sagt, jeder macht das auf seine Art und Weise und sie macht das halt so und ja. Sie sagt, sie fängt jetzt an mit dem Video, das Video geht schnell und sie hat nicht so viel Zeit, also muss sie schnell machen und ja. Also, ich habe gerade angemacht, das ist Lammfleisch. Okay. Lammfleisch einfach da reingetan, einfach überraschen, gut stehen eh, rast die Pasa mit mir. Und das Erbsen auf Deutsch oder wie heißt das? Ja, das sind Erbsen. Erbsen, Bohnen, Bohnen, Bohnen. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Bohnen. Bohnen, 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 Bohnen. Leute, sie hat das gestern gekocht, 5 Minuten lang und hat das bis heute im Wasser gelassen. Nur 5 Minuten gekocht. Genau. Die sind auch richtig falsch geworden. Und das ist auch Reis. Wir bringen hier noch eine Schicht und wir machen die Karten, wir essen die Karnabie und die Karnabie. Und seit 5 Minuten habe ich es so gelassen. So, ich sage auch auf Deutsch. Mein Reis, ich habe richtig gewaschen und ich habe ein halb Essig reingetan. Ein halb Teelöffel. Egal durch Essig. Ein halb Teelöffel. Ein halb Teelöffel. Ein halb Esslöffel Essig reingetan und gekochte Wasser reingetan. Und ich habe 15 Minuten so gelassen. Also das ist auch schon weich geworden. Okay. Das ist mein Reis. Sehr gut. Achso und ab froh Leute. Meine Mama hat ja euch versprochen, sie wird in diesem Video, in jedem Video jetzt auch versuchen Deutsch zu sprechen. Wie ihr merkt, sie macht das. Also nicht denken, sie spricht nur Kurdisch. Das ist auch unsere Gewürze. Das ist unsere. Das ist unsere. Karabiber meine Freunde. Halb Teelöffel habe ich. Ja. Und abdonkaya Hühnerbrühe. Und nach nach. Das ist Fifa. Ein Esslöffel. Genau. Und ein Esslöffel auch. Scharfe Pulver. Scharfe Pulver. Isto Tahura. Und Nifperci Khoya. Halb Teelöffel Salz. Genau. Und Kfcikji Paprikapulver. Ja. Das sind die Gewürze, meine Freunde. Und das ist meine Tomatenmark. Das ist meine Paprikamark. Die kommen auch rein. Das sind deine selbstgemachte, ne? Das ist Tomatenmark. Ich habe geholt. Ich habe richtig gebraten. Das sind die Sotapaten. Und die Scharfe des Scharfe. Arğmen die in die Scharfe zu kommen. Ich brauche die Scharfe. Läuft! Ich habe gekocht. Und die Scharfe mit Charme. Die Scharfe. Sie haben alle selbstgemachte. Und besser aus Küchen. Alles selbstgemachte in den Scharfe, wenn die Scharfe ist. Das sind die Scharfe. Die Scharfe aus diesem Salz Analysis. Ich nehme das Salz auf. Ich lege die ober. Und das lässt wir so. Braten. Bra-e-te? Braten. Braten. Lassen wir so ein bisschen braten und danach machen wir weiter die Reise. Ja, klar. Dann würde ich sagen, wir warten, bis es angebraten ist, meine Freunde. Und wir sehen uns dann gleich. Kann man gehen? Ja, Mama. Guck mal, ich habe jetzt ein bisschen Öl dazu, Leute. Genau. So. Drei Esslöffel. Ja. Und ich tue jetzt Zwiebel rein. Ich tue jetzt ein bisschen Zwiebel. Das ist einfach, dass sie schneller ist. Das geht schneller. Zwiebeln, die Zwiebeln, die Zwiebeln sind. Zwiebeln sind einfach geil. Meine Mama sagt, egal in welchem Essen Zwiebel drin ist, ist es immer super, weil Zwiebel sind einfach geil. Genau. passt einfach zu jedem solch so eine Art von Essen so Hände Mama, wo hast du diese Sesam hier? das habe ich gestern für mich geholt, ich habe die Stimme geholt echt? ja, ich habe die ich habe gesagt ich habe alles da was ein Zufall Leute Dein Essenswunsch wurde gemacht aber Essen ist noch nicht fertig aber gut, da gehen wir mal raus ich bin ich bin vor einem Jahr hat es gemacht echt jetzt? Parascha nicht? sauber ja, es riecht auch schön bei einer frühe ja, riecht auch schön das kommt in der fleisch rein tomatenmark zwei halb teelöffel tomatenmark ich verstehe die esslöffel ja das ist immer esslöffel ab sofort und zweieinhalb esslöffel tomatenmark habe ich reingetan wir haben ein video geschrieben letzte video wo wir diese gemüsebrühe gemacht haben sie haben geschrieben warum sagt deine mama rosenblumen das ist keine rosenkohlen weißt du nicht mehr aber ihr holt kleine kugeln rosenblumen die ganze gewürze kommt alles gleichzeitig da rein das schön zusammenmixen Es hat eine schöne Farbe, oder? Ja, es hat eine schöne Farbe. Jetzt kommt das Wasser rein. Jetzt kommt heißes Wasser rein. Wie viel ungefähr? Vor der Augenmasse. Womit der Zul集 ume Veteran, muss ich immer ein anderes Leben ausbreitet werden? 1.7 Liter, Leute. Jah Wir brauchen eine Masse, unsere Bedürfnis. Als er regiert sind wir vom V24 knit, die Fasal jetzt unterschätzt haben da die Müllwassfeeding sucked. Mein Freund, meine Mama Ikkate sagt das heißt nur schön zusammenziehen und wir kochen ein bisschen und dann kommen ihren boden mit dazu wie lange muss der kochen lassen gut das machen wir reis jetzt machen wir jetzt reis haben wir jetzt hier in der Brinchen extra Das ist klar. Ein bisschen Butter kommt dazu, Leute. Jetzt kommt ihr Reis dazu. Das sieht auf jeden Fall schon brutal. Brasi, morgen Brasi. So, wie viel? Augenmaß. Augenmaß. Das war ich, das warst du. Bleib bis zum Ende des Videos dran, dann werden meine Mama und ich euch ein paar Leute grüßen und ja, seid alle dabei bis zum Ende. Sie hat kaum was gemacht, ihr habt nur Salz reingemacht. Jetzt ist es okay. Jetzt gekauft die Wasserkocher. Und Leute, nicht wundern, ihr Wasserkocher ist kaputt einerseits, geschmolzen, weil sie es einmal verbrannt hat an dem Ofen beim Lachmacun Video. Neuer Wasserkocher ist bald auch am Start. Ja, hat ihr nicht gefallen? Sie wollte einen mit so Touchscreen haben und so. Was hast du hier gemacht? Überall Rauch, Mauch. Das nenne ich doch Küche. Jetzt draußen wäre geil. Wir haben jetzt die Wasserkocher so schön gemacht. Wir haben ja damals zu scoren und dann die Wasserkocher wieder einen Kopfschmerzen. Und dann nevr000, weil wir meine Teile über die Dürren haben. Und wenn ich den Schmerzen hatte, dann gibt es noch die Dürren. Wie ist die Dürren? Das ist nenne eine Dürren. Zatt. Zatt. Ehm? Zatt. Mali, me, mir, mir. Du schade, mir ich, mir. Du bist dann auch schade? Ich war es ruhig. Ich war es ruhig. Ich war es ruhig. Ja klar. Wenn wir die Wasser auf dem Wasser geben, dann können wir die Wasser langsamer kochen. Dann will ich sagen, bis gleich. Jetzt kommt die Fasuli ab. Wenn wir die Fasuli haben, dann kommt die Fasuli ab. Dann kommt die Fasuli ab. Dann kommt die Fasuli ab. So, ich hab's verstanden, jetzt hab ich's verstanden, jetzt hab ich's verstanden. Jetzt so. Wie lange musstest du jetzt kochen? Die sind schon weich, aber die werden gleich richtig hart, zwanzig bis halbe Stunde. Ach so, die waren weich und wenn die kochen, werden die automatisch hart? Die werden hart, durch Tomatenmarkt. Okay. Ja. Das sieht auf jeden Fall super aus, Mama. Ja, das sind wir so. Dann kochen wir jetzt. Gut. Mein Gott. Mit vielen Dank der erste Mal. Mit vielen Dank. Und dann zweite Mal. Was denn? Ja. Mach mal auf. Ja, das ist alles. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ah, überall Leute. Es gibt Salim bei uns. Es ist überall verteilt. Ihr könnt euch die auch... Ich... Ich kann auch den. Ihr könnt euch die auch gerne mit meinem Rabattcode SAMI10. Habt ihr 10% bei Salim. Und ihr macht auch gar keinen Fehler damit. Denn es ist einfach so geil. Die schmecken wirklich super. Und dann kann man auch kaufen. Ganz normal bei Bäcker anrufen. Die sind auch nicht teuer, genau. Aber vormittag anrufen und dann am anderen Tag kann man abholen. Und dann kann man das auch nicht teuer. Und dann kann man das auch nicht teuer. Und dann kann man das auch nicht teuer. Also sie hat diese Sesam Leute bei Rewe. In Rewe gibt es Bäckereien. Da könnt ihr reingehen und anrufen. Nach Sesam fragen. Die können euch das fertig machen. Und ihr müsst meistens einen Tag vorher anrufen. Und sie hat jetzt 4 Kilo geholt. Und wie viel das bezahlt dafür? 22 Euro. 22 Euro. 22 Euro dazu. Pro Kilo Fleisch 5 Euro. 5 Euro und 20 Cent. Irgendwo weiß ich es nicht. Früher war 3 Euro 50. Aber die sind jetzt teuer geworden. Wir haben gemerkt. Ich kaufe viel. Ach so. Kann sein. Weiß ich nicht. Läuft bei dir, Mama. Ja. Läuft bei dir. Läuft bei dir. Mama. Beste Kekse. Ja. Brasi, Mungel. Brasi. Wow. Hier hast du auch noch welche, ne? Ab sie auen. Und ab mit Brühe. Ich finde die besser. Ja, ich finde die besser. 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 Aber ich habe auch mit dem Stolz. Ich finde die besser. Ich finde die besser. Wie ist die besser? Ja. Ja. Dann ist es meine, es ist herzellend. Was machst du denn? Ich bin zu viel zu viel. Du bist zu viel zu viel. Was machst du denn für einen Berg? Ich habe schon eine kleine hausse. Ich glaube, dass es ein Mensch macht. Ich werde es ein bisschen essen. Ich werde es ein bisschen essen. Das ist ein bisschen. Das ist das ein bisschen wie ich mache. Super. Mit Kaffee oder Tee ist heftig. Das ist eine schöne Zähne. Einfach gut. Ich nehme dich so schön und rufe so und schieße mir selbst. Es tut mir zu schlecht, ja, ein Rache. Komm, 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 komm! Das ist so ehrgeist. Voll geil, sehr ehrlich. Ich liebe es, das sieht so wau aus. diese farbe sensationell unser reis ist fertig unsere wie heißt es auf deutsch wie sieht das aus von der wabe her von sehen hier sieht ja eigentlich gar nicht schlecht aus aber ich muss ich mal probieren ich muss mal probieren ich muss mal probieren ja ich muss ich muss mal probieren Dann kommen wir mal rein. curlschruss. Wir wollen das ein wenig ab. Wir brauchen das Klaar. Wir brauchen das Klaar. Wir wollen die Klaar von Klaar. Wir werden das Klaar von Klaar vom Klaar. Wir müssen die Klaar. Wir können die Klaar von Klaar. Wir müssen die Klaar der Klaar. Das ist was passiert. Okay, es ist wirklich passiert. Ja, Gott! So, was das sowas? Wir haben die Hauwien zu sehen hier, weil wir die Hauwien zu sehen. Wir können hier sehen uns, wenn die Hauwien zu sehen, und jetzt sind wir sehr Hauwien. Wir sind heute hier in Hauwien. Wir haben heute hier in den Hauwien und wir haben hier, Was ich immer gerne mache ist so hier rauf so auf euch Schön mit Saft, ne? Schmeckt? Wow! Super! Meine Freunde, wie versprochen werden jetzt ein paar Leute begrüßt und let's go! Es ist schmerz und ich will sehr gut die Familie! 마음 abonniere die und Teilen von der ganzen Zeit sind! Schmerz und seine Familie und unsere Eltern? Ich will sehr gerne sagen! Es ist schmerz mit Oma Tonnen? Schmerz Schön mit ihr hier auf Omar Yusuf Schmerz Schön das ich mit Daniel Bozani Schöne Grüße gehen raus erstmal an Hanim und an deine Mama Aiche Slavures. Schöne Grüße gehen raus an Dawud. Was geht ab, habe ich dir versprochen dich zu grüßen. Und schöne Grüße an mein Bruder Tangazal. Bis nach Twistring. Mama, die sollen abonnieren. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Tschüss.